bei der hitze kam viel schmodder hoch und bei dem regen hat sich viel geklärt ich habe mich mit der urwunde beschäftigt mit der spaltung in uns von mann und frau vom grünen mann ja von dieser erdverbundenheit auch hier dem wachstum der liebe dem einklang mit der natur auf mutter erde und natürlich viel zurück viel weiter zurückgehend und auch der roten frau der spaltung der frau durch die unterdrückung dessen was wir eigentlich sind männer wie frauen haben richtige verkehrungen erlebt ihrer eigentlichen essenz und darum dürfen wir uns jetzt freuen weil mutter erde entschieden hat dass die urkräfte wieder wach werden und sich einsetzen für alle die ins herz gehen für alle die jetzt wirklich mit herz für frieden da sein wollen und das gilt es erstmal in uns selbst innerlich zu verbringen im bewusstsein die schritte zu tun was dürfen für programme aufgelöst werden konditionierungen vor allem die verstandslastigkeit wie kommen wir ins herz kommen wir in körper bekommen wir in die erdverbundenheit und in die verbindung zu unserer seele das sind die aufgaben und die seele weiß alles man braucht dann nichts mehr suchen und die eigenen mangel gefühle da sind wir in der lage die zu stillen wir bekommen da auch hilfe unterstützung bei allem was wir in dem bereich jetzt wagen und uns vornehmen und die 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 situation dass wir nicht wirklich hier sein wollen also vor allem diejenigen die eigentlich sehr spirituell sind oder sich so auffassen die haben besondere aufgaben sogar wirklich auf die erde endlich mal zu kommen sich zu vervollständigen und wirklich hier sein zu können zu wollen und nicht nur zu säuseln sondern wirklich zu fühlen was in der tiefe auch nicht stimmt denn das ist die heilung das zu vollbringen gilt und das können wir nur als spirituelle wesen auf der erde schaffen das geht nicht für die spirituellen wesen außerhalb der erde das muss man hier wirklich als mensch schaffen und mit der erde richtig in die erde fassen und neues tun das reicht nicht das reicht nicht mantren zu singen ich überspitze es jetzt es reicht nicht channelings zu empfangen das bringt uns auch oft weg es geht wirklich um deine innere verbindung zu deiner essenz zu deinem kern als mensch auch hier gleichzeitig und vor allem die verbindung zur erde diesem körper wirklich auszufüllen anzunehmen das männliche und das weibliche in uns zu heilen in verbindung zu bringen in eine gesunde ja und wir sehen uns danach zu lieben und geliebt zu werden und es wird auch wirklich dafür zeit meine katze ist hier gerade neben mir die verbindung mit den tieren die ist sehr wichtig ja das sind sehr weise begleiter und sehr wichtige begleiter und genauso wie die die tieren sind auch die pflanzen die wir wieder sammeln dürfen die wir wieder achten dürfen und dann offenbaren sie uns auch ihre kräfte denn eigentlich geht es um einklang ne und diese art von technik die bisher auf der erde diente also jetzt in den letzten jahrzehnten ähm ist nicht wirklich feminin oder integriert was feminin angeht das ist sehr männlich orientiert deshalb haben sehr feminine wesen die sehr magnetisch sind ähm mit der elektrik so ihre themen ne die frauen die das betrifft die wissen das vielleicht sogar auch manche männer ähm das hat aber auch wieder mit der verstandsorientierung und der angeblichen logik zu tun die nun mal hier vorherrschend war bisher die komplexität zuzulassen und mehr zu fühlen zuzulassen heißt halt immer dass wir auf dem weg dahin alles spüren dürfen was eben auch nicht nur schön ist und da wir gewohnt sind zu konsumieren uns abzulenken und uns irgendwie schnell tolle gefühle zu erzeugen ne also ich nenne es mal emotionen weil echte gefühle sind es gar keine oder über sexualität ähm komische sachen äh komische sachen äh zu kompensieren oder ähm sogar das ego zu streicheln oder sogar was loszuwerden ne druck abzulassen wie auch immer sich was beweisen zu müssen oder gefallen zu wollen oder eben einfach durchprogrammiert zu sein warum das irgendwie ähm ohne liebe ohne 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 tiefe verbundenheit zu uns selbst ja irgendwie gesund sein soll also gesunde sexualität zu entwickeln womit ich meine unsere lebensenergie wieder zuzulassen zu spüren und auch zu lenken sinnvoll einzusetzen und kein pulver zu verschießen was jetzt ähm ja den männern im porno so suggeriert wurde keine ahnung warum ich jetzt so viel über sexualität rede ne scheint einfach wichtig zu sein und auch diese ganze beziehungs wulschte verkehrungen ähm was wir für liebe halten oder gehalten haben wir merken halt ne äh das ist vieles nicht erfüllend seelisch und ja die unwahrheiten die kommen ans licht können wir uns tierisch drüber aufregen und wütend sein wie böse die anderen sind was die alles falsch machen aber letztendlich können wir wenn wir schaffen zu durchschauen dass wir schöpferwesen sind hier als menschen können wir das in uns verändern dass wir davon frei werden das ist freiheit freiheit ist nicht ähm jemanden zu beschimpfen der schuld sein soll und sich dann äh äh einen kuchen zu kaufen mit viel sahne sondern freiheit heißt ich höre auf mein herz auf meine innere stimme bin frei von fremdbeeinflussung im kopf äh von gedanken von konditionierungen von anhaftungen was äh familie was da sich alles gehört oder auch partnerschaft wie das eigentlich sein sollte oder ne ähm wenn ich mich davon frei mache und wirklich im moment entscheiden darf was stimmig für meine seele ist und vor allem für mein herz ne das zeigt mir das ja das ist freiheit und das hat oft mit mut zu tun weil viele da nicht applaus geben ne die natürlich noch verhaftet sind und im moment sind noch viel mehrere mehr menschen unfrei und die verkehrung dass freiheit ist in urlaub gehen zu können die ist ja sehr äh stark noch verbreitet ähm ja und dass man natürlich viel geld hat um sich alles leisten zu können was das ego gerade will das wird auch als freiheit verstanden ja freiheit ist natürlich schon ähm wenn die energien fließen und auch die mittel da sind das ist auf jeden fall so aber wichtig ist vor allem dass man eben spürt was die seele will und was die waren der wahre bedarf ist und nicht die bedürftigkeit heraus aus verletzten ähm gefühlen und verletzungen ja das ist jetzt so weiter dürfen wir ran und die heilen und das ist aber auch möglich und wir brauchen nicht hoffnungslos zu sein wenn wir diesen weg gehen wir sollten mutig sein wenn wir diesen weg gehen und vertrauen kultivieren und vertrauen ist auch so eine sache es geht gar nicht darum dass ich immer niemandem außen vertrauen kann und da nicht weiß wie ich vertrauen soll weil die lügen ja und so weiter sondern es geht darum dass du dir und deiner seele vertraust und deinem weg selbstvertrauen und urvertrauen in die führung aus göttlicher sicht oder aus göttlichen sphären hört sich jetzt auch nicht stimmig an einfach deine geistige führung so würde ich es nennen ne und dass du halt entscheidest du willst in göttliche ordnung gerne kommen körperlich seelisch geistig und den einklang das ist entscheidungswürdig ne also was willst du nicht für dein ego sondern was willst du für deine seele und letztendlich wird das ego auch davon profitieren auch wenn das tierisch angst hat und ein riesen theater gerade macht und vollwellen schlägt und emotionen hochkommt die überhaupt nichts mit echten fühlen zu tun haben das sind programmierte energiewesen energien die einfach da sind das sind halt geschaffene energien die macht haben und es ist auch so dass unser unterbewusstsein uns herausfordert gerade das schickt ganz viel zeug hoch ganz viel altes verletztes verdrängtes ja das dürfen wir fühlen und meistern und auf dem weg ins herz sind diese dinge dran und das ist auch bewusstseinsarbeit und das muss einen aber nicht frustrieren oder sowas es ist halt die aufgabe zu führen und wenn man weiß es sind alles phasen alles wenn ich heute tief traurig bin heißt es nicht dass es morgen noch so sein muss wenn ich es wirklich fühle zulass und fließen lass dann ist es geflossen verstehst du das macht dich lebendig das ist leben das ist leben mit mutter erde gaia ist jetzt aufgewacht ich sag mal ist entschieden jetzt hier die bäume ich spüre die urkraft die jetzt wach wird in mir in manchen menschen und immer mehr die dies wollen und vor allem die natur die tiere und die pflanzen und vor allem die bäume die beginnen zusammen mit den sylphen und dom als luft energie wesen also die elemente die grundelemente die baustellen des lebens hier auf der erde das sind lebewesen wir sehen es halt nicht direkt womöglich vielleicht auch schon spüren tun tun es wir vielleicht auch schon wenn wir wieder aufmerksam werden für mich ist das jetzt sehr gut spürbar seit gestern sind die bäume extrem am luftreinigen die atmosphäre reinigen seit dem regen hat sich viel verändert und ich spüre sehr viel herz wenn ich der natur mit achtung gerade begegne und meine liebe schenke ihr etwas zurückgebe gebt bitte der natur wieder zurück ob das mondwasser ist über nacht wo ihr blüten drin hattet ob das eure körperflüssigkeiten sind im weitesten sinne mit liebe und achtung zurückgeben weil wir haben die immer nur ausgebeutet verstehst du es geht um deine haltung und wenn du das machst und heute bei der sommer sonnenwende vor allem samen gibst etwas schenkst von der natur ihr zurück gibst spür das in meinem herzen das ist nur aufgegangen das ist eine so hohe energie ja handle ethisch finde ich ein blödes wort weil was ethik ist das auch viel dummes zeugs unterwegs auch über moral und so weiter ja handle liebevoll vom herzen und dieses liebevoll einfach zum abschluss jetzt wird es ein bisserl lang ist nicht ah ich bin so nett und bitte seid ihr alle auch so nett weil sonst komme ich nicht zurecht wenn jemand ehrlich ist der ist dann böse 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 ja ich weiß das ist echt ätzend wenn ich das so sage aber mich ich will es einfach nicht mehr hören ich habe es echt gerade dicke so viel menschen die sagen sie sind auch herz menschen was sie wollen ist aber dass man nett ist aber das ist es nicht liebe ist nicht nur nett liebe ist klar liebe ist stark in dem dass sie ehrlich sein will sie respektiert den anderen deshalb sagt sie auch die wahrheit aber da dem vorausgehend muss es einfach möglich sein dass du selbst reflektierst ohne selbstreflektion kein schritt und da kann man so viel liebe licht und liebe sprechen das ist es dann nicht wir brauchen die selbstreflektion wir dürfen in die eigenen tiefen schauen und dürfen an uns wirken uns verwandeln diese schatten integrieren die negativen gefühle annehmen die ganzen erfahrungen aus diesem leben aus anderen aus anderen dimensionen annehmen lernen ja das ist gerade nicht einfach wenn man funktionieren muss geht dann nämlich nicht und dieses funktionieren da draußen das erwartet wird von der welt die gerade sich wandelt sag ich mal die für mich nicht mehr echt ist und auch nicht erstrebenswert da dazu zu gehören ähm das funktionieren müssen abzustellen ist die hauptaufgabe denn da kommen wir ja viel in selbstwertthemen rein ui der wird aber lang der film und diese selbstwertthemen ich wollte eigentlich einen short film für die story machen ähm den mechanismus abzustellen der erfordert viel mutig weiß du wirst ja nicht funktionieren und da wird dir auch sofort auffallen wer dich wirklich gern hat und wer nur was von dir erwartet und egal welche beziehung ja das ist oft ein einsamer weg aber dann hast du echte verbindungen mit menschen wenn die vielleicht auch nicht so lange gehen je nachdem wie selbstreflektiert der mensch ist wie bereit er ist auch sich zu entwickeln oder du ne aber echte begegnungen danach sehen wir uns jetzt und das ist jetzt auch zeit und ich habe viele echte begegnungen die sind dann manchmal kurz manchmal sehe ich menschen einmal in der fremde womöglich auch aber das war so viel echter und stimmiger und intensiver als es mit menschen geht die schon lange eigentlich da sind aus irgendwelchen gründen und wir müssen gar nicht mehr so viel reden im miteinander mehr spüren und da sein ganz da sein in dem moment wenn du mit jemand bist präsenz als mensch seele geist körper präsenz erstmal für uns und für unsere inneren kinder da sein und dann können wir erst für jemand anders auch präsent sein und wir müssen nicht für den da sein sondern wir müssen für uns da sein und wenn der für sich auch da ist das ist ein fest und segend ne weil energien jetzt zu spüren und zu schauen wo synergie entsteht und aufbaut das ist jetzt das schöne was jetzt intensiv beginnt worauf wir uns alle freuen können auf dem weg solange wir denken andere sind verantwortlich für das was uns geschieht können wir selbst nicht eigenverantwortlich Neues erschaffen und das wünsche ich uns jetzt dass wir das selbstbewusst tun ui so ein langer film bin gespannt wer denn zu ende guckt und würde mich auch mal sehr freuen wenn ihr das rein schreibt in die kommentare was euch davon wirklich genutzt hat und gedient gedient möchte ich sagen denn wir sollten einander dienen und die energie sollte fließen und für alle die jetzt wirken wollen auf höheren ebenen für mutter erde für die menschen von herzen soll es vor allem jetzt intensiv fließen vor allem für die frauen die ihren weg allein gegangen sind ich danke euch von herzen ich danke euch von herzen ich weiß was das bedeutet also bis dann 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 dann